Werte Fußballfreunde, es fällt mir gar nicht so sonderlich schwer, die passenden Worte zu finden, denn wir sehen hier die Demo von WeAreFootball2024, dem neuen Fußballmanager aus dem Hause WinningStreakGames. Mit und um Gerald Köhler, der alten Fußballmanager-Legende. Liebe Grüße an der Stelle, vielen, vielen Dank für diese Demo, die raus ist seit dem Samstag, 27. Januar 2024. 2024 hat ein bisschen gedauert, ich weiß gar nicht, woran es letzten Endes auf Steam dann gelegen hat. Ich glaube, das weiß der Entwickler selbst nicht so recht, wenn man dem Discord entsprechend Glaube schenken darf. Aber sei es drum, die Demo ist da, sie ist kurzerhand erschienen und das Beste kommt jetzt. Das Spiel kommt raus am 4. März 2024, also schon in etwas mehr als einem Monat. Das ist einigermaßen atemberaubend und heute wollen wir reingucken in diese Demo. Wir wollen uns das Spiel angucken, das ist kein Spieletest, sondern ich nehme euch einfach ein Stück weit mit, weil ich total hyped bin, was das Spiel anbelangt. Es ist sicherlich ein direkter Konkurrent für den leider nicht mehr entwickelten EA-FM, den ich auf diesem Kanal ja auch zocke. Es wird ein Konkurrent sein für den Footballmanager, den wir ja auch hier auf dem Kanal sehen, von Sega. Der ist für mich, so sage ich immer, die Excel-Tabelle unter den Managern. We are Football verspricht da ein Stück weit anders zu werden. Wir werden viel sehen, was eventuell auch schon aus dem Hause EA damals bekannt war. Es gibt ein Privatleben und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das hier ein guter Mittelweg für Gelegenheitsspieler. Das ist das, was ich mir vorstellen kann, weil es einfach auch gegebenenfalls ein bisschen flotter dann an den Spieltagen vorangehen wird. Wir werden uns das angucken. Wir wollen uns jetzt aber auf jeden Fall erst mal das Spiel angucken. Ich werde euch ein bisschen was über das Spiel erzählen. Lasst euch einfach führen. Nehmt mit mir hier die ersten Eindrücke auf. Ich habe tatsächlich noch komplett nicht reingeschaut und will euch da ganz unverfroren von berichten, was es hier im Spiel zu sehen gibt. Was können wir erwarten? Wir kennen oder wissen um drei Spielmodi für das Vereinsspiel. Die freie Vereinsauswahl, die Vereinsgründung und den Karrieremodus. Es gibt einen neuen 3D-Modus für die Spieltage. Da bin ich sehr gespannt drauf. Werden wir in dieser ersten Folge sicherlich und hoffentlich auch zu Gesicht bekommen über ein kleines Testspiel. Irgendwas werde ich mir da einfallen lassen. Und so viel sei verraten. Auch eine zweite Folge wird natürlich heute auch noch online gehen. Hier am 30. Januar auf diesem Kanal. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn euch das Video gefällt. Wir werden zu gegebener Zeit sicherlich ein Let's Play starten, wenn die Vollversion draußen ist. Sie kommt für 39,99 Euro. So hat Handy Games, der Publisher, übrigens irgendwie verbandelt mit THQ Nordic. Ihr seht das hier unten rechts in der Ecke, schon angekündigt. Also ein guter Preis für ein Spiel, was einfach nochmal einen signifikanten Sprung gemacht haben soll. Seit der We Are Football 1 Thematik, die ja letztes Jahr gelaufen war. Ich bin gespannt, was Gerald und unser Team hier auf die Beine gestellt haben. Lasst uns einsteigen. Nicht lang drum herum reden. Wir werden so viel entdecken. Rein in die Demo-Version. Ich nehme euch mit. Die Demo kann gespielt werden bis zum 31. Dezember des jeweiligen Spielstandes. Also nicht im echten Leben, sondern bis der 31. Dezember im Spiel erreicht ist. Wir werden das Spiel starten und ihr seht die erste faktische Tatsache. Wir können zwischen Männern und Frauen wählen. Gehen jetzt hier mit den Männern. Ihr dürft gerne die Kommentare zu Frauenfußball sein lassen, wenn ihr irgendwas auf der Zunge habt, was ihr lieber auf der Zunge behaltet. Spaß beiseite. Ich finde es cool, dass es drin ist. Wir nehmen den Männerfußball und gehen auf die Basis-Datenbank. FM Zocker hat schon angekündigt, im Idealfall, ich wiederhole, im Idealfall, die Datenbank mit originalen Daten zum Release am 4. März zu veröffentlichen. Was, das muss man an der Stelle auch mal sagen, einfach nur atemberaubend ist. Wenn das funktionieren sollte, Hut ab, weil das einfach so eine gute Arbeit ist. Ich kann nur dafür werben, den Spenden-Button zu drücken, wenn ihr auf der Seite von FM Zocker unterwegs seid. Diese Arbeit wird in meinen Augen nicht hoch genug beworben. Und insofern werden die Lizenzen für ein etwaiges Let's Play auf diesem Kanal auch reinfließen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die simulierten Länder an und das ist einiges. Wir können alles aktivieren und haben eine, wow, wir haben eine durchschnittliche Auslastung, sehe ich in dem Moment. Ja, dann nehmen wir mal Asien raus. Aber die Südamerikaner wollen wir natürlich drin lassen. Brasilien, Argentinien und alles, was dazu gehört. Schauen wir weiter, was der nächste Bildschirm ist. Ich erzähle euch in der Zwischenzeit, dass wir auch einen Nationalmannschaftsmodus haben werden. Ist hier in der Demo noch nicht enthalten, sehen wir glaube ich gleich schon. Wie gesagt, ich habe ins Spiel noch nicht reingeguckt, aber hier in diese Menüs schon zur Auswahl der Ligen und so weiter und so fort. Wir haben die Möglichkeit mit bis zu vier Spielern zu spielen, was in der Jugend von mir für ausgeprägte Wochenenden mit Freunden gesorgt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Dürft gerne, gerne kommentieren in dem Zusammenhang. Mir läuft die Spucke im Mund zusammen. Während ich die Sätze sage, ich bin einfach so voller Vorfreude. Ihr seht es hier, Let's Plinter, geboren am Sportplatz. Und ja, wir nehmen einfach mal den 29. Januar als Geburtstag. Ich verrate euch mein Geburtsjahr, aber alles andere bleibt auf dem aktuellen Datum der Aufnahme. Ich nehme am 29. Januar 2024 auf. Und hier ist die erste Reminiszenz an das Privatleben bzw. den EA-FM seinerzeit. Wir können mit dem Familienfeature und dem Privatleben spielen und das machen wir sicherlich auch hier. Nationalität habe ich eingestellt, drei Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch mit reingenommen. Und ihr könnt hier entsprechend auch Manager hinzunehmen. Ihr habt das an der linken Seite gesehen oder auch entsprechend dann abändern. Wir haben eine Familie hier schon gegründet, die Leila Lem, auch auf dem Sportplatz geboren. Wie praktisch, wobei das ein bisschen bedenklich ist, wie ich finde. Unser Tier heißt Messi. Den Namen habe ich nicht vergeben, sondern der wurde mir vergeben. Wir lassen das hier einfach mal. Und dann möchte ich diesen Button überspringen und mir die Frage stellen lassen, was traue ich mir zu? Leicht, normal, schwierig oder aber individuell das Ganze angehen. Wir werden das Ganze hier mal auf normal spielen. Da drin enthalten ist sowas wie die Budgets. Das Clubgelände ist mittelgroß. Die Bauzeiten sind kurz. Schön ist, dass die lange Zeit hier auf Berlin abgestempelt ist. Also so ein Stück weit mit dem Trillerpfeifen-Maskottchen auf der rechten Seite. Könnt ihr gerne auch mal was zu sagen? Hat das gewisse Vibes von, boah, ist das, also das ist schon nah an früheren Anstoß und allem, was dazugehört. Also ein gewisser Kultfaktor. Und sich nicht ganz so ernst zu nehmen, bei Bauzeit nicht lang hinzuschreiben, sondern Berlin. Ja, das ist schon, das ist sehr charmant. Also insofern, ihr seht das. Das ist ein Stück weit gedacht für Spieler, die erstens nochmal die alten Manager-Tage rauskramen wollen und dieses alte Manager-Spielen und Spiel-Gen in sich. Die aber auch einfach nicht unendlich viel Zeit haben, sich jetzt irgendwo reinzufuchsen, Taktiken auszutüfteln, was dem Football-Manager von Sega ja überragend geht. Also keine Frage. Guckt euch mal den entsprechenden Discord hier von FM2-Erkette beispielsweise an. Da sind Leute drin, die haben mehr taktische Ahnung als Pep Guardiola, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp gemeinsam. Hier wird es alles ein bisschen charmanter umschrieben und ihr seht das. Ihr könnt den Bildschirm anhalten. Wir gehen hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad einfach mal ins Spiel ein. Und die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft sind in der Demo geblockt. Wir gehen nicht in die Vereinsgründung, die man sehr feindliedrig machen kann. Die Karriere ist fein, aber wir gehen hier auf die freie Vereinsauswahl für den Beginn. Wir können uns einen Verein aus dem gewünschten Staatland frei auswählen. Und diesen managen. Sollten wir irgendwann entlassen werden, hängen die weiteren Angebote anderer Ligen von den bisherigen Leistungen ab. Mir fällt auf, dass ich mich in wunderbare Rage schwätze. Und deswegen nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen Platz in der Vereinsauswahl. Wir sehen, ja, so ist es. Unisono Berlin und Preußen Dortmund sind die besten Beispiele dafür, dass die aktuellen Lizenzen natürlich keine Originallizenzen sind. Wir sehen das Vermögen zu Spielbeginn, das sich hier wunderbar aufstaffelt. Der Marktwert vom Team, wir können das Ganze auch filtern. Und die Stadionkapazität, gerade mal gucken, das ist dann doch realistisch. Die Bayern mit 75,6, die Dortmunder mit 81,1. Das passt schon ganz gut. Heidenheim hier mit den kleinsten Stadionen. Wir gehen mal nach dem Marktwert und ihr wisst es, dass, oder zumindest die, die schon regelmäßig dabei sind, die wissen es, dass ich durchaus als Dortmund-Fan gelte. Und insofern werden wir hier auch einfach mal Dortmund nehmen für dieses Reinschnuppern ins Spiel. Wir sehen, dass wir in der Liga in der Meisterrunde sind, im Pokal und auch, ach nein, nicht in der Liga, hier, in der Liga sind wir da, erste Liga. Und in der Champions League spielen wir in der Meisterrunde, die ja die Übersetzung ist für die Champions League. Teamstärke, 31 Spieler, eine Durchschnittsstärke von 11,4. Nico Schad ist der wertvollste Spieler, größtes Talent ist Jackson Butler. Bester Spieler ist Milan Roll, wo wir hier so eventuell Marco Reus hinterher vermuten können. Und dann müssen wir hier einfach eigentlich mal reingehen. Können hier schauen, Film abspielen. Oh, das mache ich mal. Oh, geil. 114 Jahre gelebte Tradition in Dortmund. Und dann? Oh, ah, das Clubgelände. 18 Abteilungsleiter. 137 Mitarbeiter. Ein Stadion, was dem Original erstaunlich nahe kommt. Gucken, ob wir jetzt ins Stadion reingehen. So ist es. 140 Millionen Euro Baukosten, 81.000 Plätze und noch und nöcher, die Ecken sind geschlossen. Aber cooles Video. Man bekommt sofort einen schicken Einblick, oder? Milan Roll. Das sind generierte Bilder übrigens. Bester Jugendspieler Manuel Kölbel in der Innenverteidigung. Kommen wir gleich noch zu, zu diesen generierten Spielerbildern. Und der Treff... Wow! Der Trophäenraum sieht durchaus beachtlich aus. Acht Meisterschaften. Darüber hinaus fünf Pokalsiege. Damals unter Tuchel der letzte, wenn ich mich richtig entsinne. Super Cup. Sechsmal gewonnen und geholt. Und einmal Champions-League-Sieger. Ricken müsste lupfen jetzt. Ihr wisst schon. Damals in München. Aber ein cooles Video. Oder coole Videos, um einen gewissen Überblick zu bekommen über die Mannschaft. Und jetzt sehen wir hier zumindest ein erstes Mal ganz kurz den Bildschirm für den 3D-Modus. Ihr habt ihn kurz gesehen. Wir denken nicht mehr... Wow! Das ist ein feiner Hinweis. Wir denken nicht mehr an Mainz. Als Slogan. Ja, was soll ich sagen? Ich war im Stadion. Dortmund-Mainz. 2 zu 2. Ende der letzten Saison. Hier passiert ansonsten nichts mehr. Cooles Video, was man sich zur jeweiligen Mannschaft angucken kann. Ganz gut, um einen Überblick zu bekommen. Vielleicht auch in etwas entlegeneren Orten oder Ländern. Nicht schlecht. Finde ich sehr cool. Trikots sind zu sehen. Logo ist zu sehen. Wir gehen hier weiter. Wählen Dortmund aus. Vertragsangebot. Laufzeit bis Ende der Saison 24, 25. Und wir können das Ganze hier um ein Jahr verlängern. Ihr seht, das ist relativ schnell verhandelt. Also es ist hier nicht von wegen erstmal mit Geduld und Abwarten, sondern wir können einfach die Dinge anklicken und hoffen dann auf einen längeren Vertrag. Ah, wir dürfen aufgrund der Managerstufe nur eine Option wählen. Ja, da kommen wir glaube ich auch noch zu. Muss ich mich erstens noch ein bisschen zu einlesen. Und zweitens gibt es so diese Managerstufen mit entsprechenden Möglichkeiten. Wenn wir höher sind, können wir mehr auswählen. Jetzt ist hier der Rest geblockt. Wir können aber auch zum Beispiel sagen, nach einer Entlassung bekomme ich 100% statt 50% des Restgehalts. Ich glaube, wir nehmen einfach mal ein Jahr länger hier den Vertrag und nehmen das Ganze an. Also quasi ein Boni, den wir uns freischalten können durch unsere Fähigkeiten, die wir erworben haben. Als Manager. Eine Nationalmannschaft lasse ich jetzt hier mal sein. Ja, und willkommen bei Preußen Dortmund. Die Mitarbeiter sind erwartungsfroh, aber eine große Euphorie hat ihre Verpflichtung noch nicht ausgelöst. Das kann noch kommen. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Trainermarkt derzeit fehlen, so dass man ihnen eine Chance geben sollte. In Kürze werden sie dem Team vorgestellt und können den Spieler sagen, was sie erwartet. Wir wünschen ihnen viel Glück bei der neuen Aufgabe. Sie werden es brauchen. Ja, in Dortmund brauchen wir das bisweilen. Gucken wir uns hier nochmal das Gelände an. Einfach, weil das auch dazugehört zum Spiel. Coole Sache. Sehr, sehr schick. Vor allen Dingen hier hinten. Aber wenn da noch die originalen Logos dann reinkommen, dann sieht das schon teilweise ziemlich schick aus, oder? Mit WASD könnt ihr das entsprechend hier steuern. Ich suche das Stadion. Ah, okay. Das war hinter uns. Ja, cool. Sehr, sehr schick. Das ist mit Parkplätzen und allem. Ihr könnt das wahrscheinlich erweitern. Hier sehen wir einen kleinen Fußball-Tennisplatz. Hier, das sieht tatsächlich einigermaßen wie Geschäfts- oder der Trainingscampus von Dortmund aus. Ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Hut ab vor dieser schicken Grafik. Zumindest, also, ne? Wir reden hier über einen Manager und das ist ein Vereinsgelände, was so viele in den vergangenen Jahrzehnten immer abgeholt hat. Hier unten laufen sie sogar über den Platz. Können wir ran oder runter? Mit R und F, wenn ich das richtig sehe. Ja, cool. Hier wird gelaufen und trainiert. Und zwar live und in Farbe. Mit weißen Trikots, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ich finde es schick. Dann herzlichen Glückwunsch. Es erinnert uns sehr, dass Sie an Ihrem Geburtstag We Are Football spielen. Ja, okay. Das ist natürlich schön. Für den besonderen Einsatz erhalten Sie eine Bonusfähigkeit oder können eine Schwäche beseitigen. Als kleine Überraschung schenkt mir Ihnen außerdem ein passendes Achievement. Sehr schön. Und hier kommen wir zu diesem Spezialbonus. Da hatte ich eben schon mal angesetzt. Für den besonderen Einsatz bekommen wir die. Und gucken jetzt einfach mal. Die Voraussetzung fehlt hier an manchen Stellen. Hier sowas haben wir, glaube ich, schon. Wir können gerade mal gucken. Beim Scouten das Netzwerk noch effektiver nutzen und sparen Zeit. Oder die Trainingsarbeit wird um 5% effektiver. Wir werden hier mal die... Puh. Ist eigentlich egal. Wie gesagt, es ist noch kein Let's Play oder ähnliches. Ihr seht, worauf es hinausläuft. Dieser Spezialbonus ermöglicht uns fast schon Rollenspielerinnen. Wunderliche Fähigkeiten, die wir hier dazu bekommen können. Oder ein Unique Selling Point, den die Entwickler hier reingebaut haben. Ist natürlich nicht ganz realistisch, das über hier so einen Spezialbonus zu machen. Die Trainingsarbeit wäre ansonsten. Oder könnten wir sicherlich ansonsten auch noch über das Vereinsgeländer steigern. Aber wir bekommen hier einfach noch einen Bonus hinzu. Einfach, weil wir an unserem gefakten Geburtstag das Spiel spielen. Wusste ich übrigens tatsächlich nicht. Ist jetzt der pure Zufall. Und heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 23, 24. Wir haben vier Aktionspunkte erhalten. Kommen wir ganz gewiss noch zu. Der Grund, es ist die Grundausstattung, die wir haben. Können wir noch weitere also hinzubekommen aus besonderen Anlässen. Die Saisonplanung. Ziel ist Platz 1. Ja, ansonsten wäre Dortmund wahrscheinlich nicht da, wo sie sind. Und doch ist es jedes Jahr schwer im echten Leben. Beliebtheit bei 82 beim Präsidium. Finanzen, Vereinsvermögen steht hier, die Fernsehgelder. Und die Frage ist, wir können Aktionspunkte einsetzen. Wir könnten auch das Ziel hier absenken. Budget können wir ändern. Aber die Frage ist, wollen wir hier die Verhandlungspunkte noch einsetzen? Ich glaube, wir gehen damit einfach mal in die Saisonplanung rein. Also, das Ding ist, wir könnten jetzt hier verhandeln. Ich glaube, aus Gründen des euch das Zeigens würde ich es gerne mal machen. Wir senken das hier ab. Und ihr seht, das Präsidium mit der Beliebtheit sofort mal runtergegangen. Und ein Verhandlungspunkt ist weg. Damit ist das Budget ein Stück weit runtergegangen. Aber unser Ziel ist jetzt Platz 2. Aktionspunkte einsetzen bedeutet, wir erhalten zusätzlich zwei Verhandlungspunkte. Dadurch müssten wir einen Aktionspunkt setzen, um entsprechend hier noch weiter runter zu gehen. Ist für Dortmund aber in meinen Augen in dem Moment nicht notwendig. Kann euch aber zu gegebener Zeit natürlich ein wenig beschäftigen. Schauen auf die Trikots, von denen ich nicht genau weiß. Aber erahne, dass da irgendwann auch von FM Zocker irgendwas kommen könnte durchaus. Können hier die Farben sehr variabel gestalten, wie ihr das seht. Lassen das aber an der Stelle ist jetzt nicht so allzu wesentlich. Und so läuft das bei mir. Bitte legen Sie die Regeln fest, die bei Ihnen gelten. Das Alter der Mannschaft. Und da erinnere ich mich an die Worte von Gerald aus dem Livestream auf Steam, der veröffentlicht wurde. Es geht dann schon darum, hier realistische Dinge zu argumentieren. Also wenn ich jetzt bei der Form beispielsweise sage, die Tagesform entscheidet. Beziehungsweise anders. Jeder kann sich im Training anbieten. Und gute Leistungen im Training werden dann nicht honoriert. Dann wird die Mannschaft auch schon mal auf die Barrikaden gehen. Dahingehend möchte der Manager schon ein Stück weit realistisch sein. Ergänzt sich im Übrigen auch mit der Teamchemie, die hier im Spiel enthalten ist. Es gibt Spielerbeziehungen. Es gibt Hierarchien und Auswirkungen von Spieler-Hobbys sogar. Was ich sehr, sehr interessant finde. Teilweise sicherlich auch wieder ein gutes Stück überzogen, wenn ich das richtig überblickt habe. Aber man muss schon die Begebenheiten einfach ein Stück weit beachten. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was wir hier setzen. In Dortmund ist die Jugend natürlich interessant, aber das Alter spielt für uns keine Rolle. Die Form, die Tagesform entscheidet. Es ist halt auch abhängig von Frische und Co. Jeder bekommt die Chance. Wir lassen, glaube ich, erstmal den Mittelweg. Strategie, Ziel ist ein langsamer Aufbau. Ein mittelfristiger Erfolg ist sicherlich besser. Dortmund kurzfristig nach oben zu führen. Dafür sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen einfach nicht gut genug. Das wäre jetzt hier so mein Gedanke daran, was die Strategie ausmacht. Aber Dortmund möchte natürlich offensiven Fußball sehen. Die Dortmunder Fans wollen offensiven Fußball sehen. Ihr seht, dass das Präsidium davon durchaus angetan ist. Wohingegen sich bei den Einstellungen der Mannschaft hier relativ wenig tut. Können hier auf den ersten Blick den Kader aufmachen. Und das ist dann doch schon wieder sehr umfangreich, wie ihr seht. Also wir haben hier nach der Hauptposition sortiert unsere Torhüter. Luca Uhlemann, André Manns, Markus Lohse und Can Klump. Den wir jetzt einfach mal als Kobel hier nehmen. Da müssen wir uns einfach an der Stelle denken. Wir sehen die Talentstufe. Wir sehen eine Form, eine Kondition, eine Frische. Wie man das aus guten Managern so kennt. Eine Rückennummer entsprechend an bei. Ja, und gehen hier einfach mal auf so ein Spielerprofil. Ne, wobei. Es ist ein bisschen flott vielleicht. Gucken wir uns erstmal hier die Fähigkeiten an. Ihr seht das, werden uns beim Drübergehen mit einem Mouse-Over sofort alle angezeigt. Fangsicherheit mit einem zweifachen Plus versehen. Elfmeter, Fausten, Paraden sind hier entsprechend die Stärken von Can Klump. Wir sehen Einsätze, Tore und Vorlagen. Eine gewisse Durchschnittsnote, wenn es soweit ist. Das Alter, die Nationalität, die Zufriedenheit, eine Laufzeit und den Marktwert. Und insofern eigentlich alles hier in dem Menü, was wir wissen müssen, sind die durchschnittliche Frische, die sehr, sehr hoch ist. Können auch hier entsprechend wieder sortieren. Und dann auch natürlich nach der Stärke und Co. Auch nach dem Alter. Also ihr habt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten einfach, euch einen Überblick zu verschaffen über die Mannschaft. Auch die Fähigkeiten. Da geht es dann wahrscheinlich nach der Summe. Also ein Matis Hake der Innenverteidigung, der hier wohl Mats Hummels sein soll, steht für ein sehr gutes Aufbauspiel. So ist es wohl. Kopfballmann, Deckung, Zweikampf und der Antritt. Jaja, das ist Mats Hummels. Sehr schön. Der Antritt fehlt natürlich bei jemandem, der, ihr seht es rechts, 34 Jahre alt ist. Regulo Gonzaga hingegen, linker Außenverteidiger, ist wohl noch Rafael Guerreiro. Ich versuche mir das hier alles gerade ein bisschen zurecht zu deichseln. Ihr seht es, es ist ein schöner Übersichtsbildschirm über den Spielerkader, in den man vor allen Dingen nach meinem Dafürhalten relativ schnell reinkommt. Also ich sehe den hier zum ersten Mal und finde, es ist auf den allerersten Blick sehr viel, aber dann doch relativ simpel, wenn man sich einen kurzen Überblick verschafft hat. Wir können hier schon Spielerverträge verlängern, Spieler verschieden auf die Transferliste setzen oder Gespräche vereinbaren. Was wir einfach auch mal mit so jemandem wie mir eine Rolle machen werden. Und das können wir dann, und das ist das Schöne, in einem Terminplaner uns tatsächlich legen. Wir werden das hier auf den Nachmittag legen. Das heißt, es gibt auch so ein bisschen einen Terminplan, anhand dessen wir sehen, dass hier wahrscheinlich dann irgendwann Spiele dazukommen und wir nicht einfach unendlich viele Spielgespräche haben werden. Da kommt Training rein, da kommen wahrscheinlich Reisen zu den Spielen rein und ihr seht hier unten die Stunden, die verplant sind. Momentan noch eine erholsame Woche, aber hier kommen dann die Spiele dazu. Und dann seht ihr es auch, die Anreise ist mit eingeplant, wenn es zum Beispiel nach Freiburg geht. Eine Jahreshauptversammlung ist hier drin, die ist auf den ganzen Tag angesetzt. Wolfsburg zu Hause, da haben wir dann keine Anreise. Was ich interessant finde, es gibt keine Abreise. Aber vielleicht etwas, was man direkt mal in den Discord als Wunsch mit reinpacken kann, werde ich auf jeden Fall machen. Aber so habt ihr auf jeden Fall hier die Möglichkeit, das Ganze zu planen. Und das bedeutet dann eben auch, dass ihr so ein Spielergespräch mit einem Spieler über zwei Stunden festlegen könnt. Und wir bestätigen das hier relativ simpel. Und kurz, bin damit zufrieden, ihr seht das hier. Transfermarkt, aus dem Jugendlehrgang muss es ein Spieler schaffen. Sagen wir einfach mal ja. Und wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Das aktivieren wir auch mal an der Stelle. Ihr seht, die Beliebtheit beim Präsidium steigt starker nach oben an. Die Rückennummern belassen wir so. Alles okay. Sehen wir hier nochmal eine kurze Übersicht unserer Mannschaft. Vor allen Dingen der Vertrag, bis wann er entsprechend gültig ist. 2024 sehr viel hier bei Dortmund. Also wir hätten schon einiges zu tun. Könnten zum Beispiel sagen, dass ein Erwin Kahl im defensiven Mittelfeld, der sicherlich Emre Can widerspiegeln soll, hier mal zu einem Gespräch gebeten wird. Oder ob eine Vertragsverlängerung hier hingewirkt wird. Und an der Stelle möchte ich dann doch die Gelegenheit nutzen und hier so ein Bildschirm von einem Spieler einfach mal nehmen. Wir sehen oben fünf Reiter, nee fünf, sechs Reiter, entschuldigt. Allgemein ist eine Motivation, der Trainingsfortschritt auch hier mit der Talentstufe. Riesentalent. Sehen wir so ein Geflecht von Fähigkeiten, die er dazu lernen kann. Gucken wir mal gerade. Ah, und können hier eine Reihenfolge festlegen. Okay, er ist hier tatsächlich auf die kurzen Pässe unterwegs. Und hier, das wäre jetzt die zweite Option, die ich hinzufüge. Also eine quasi Reihenfolge. Seht ihr hier rechts auch nachfolgende Trainingsziele. Wir können sagen, wir wollen als nächstes die Ausdauer pushen und so weiter und so fort. Ich wollte gerade sagen, hier Mouse-Over seht ihr dann auch, was es ist. Die Ausdauer oder die Manndeckung. Aus der Manndeckung geht es dann auch zum Stellungsspiel. Ja, und so baut sich das Ganze dann auf. Der Trainingsfortschritt also hier zu sehen. Wir sehen persönliches Vergehen, Hobbys, eigene Beobachtungen. Beste Freunde, Erzfeinde gibt es auch. Spieler mit gleichen Hobbys, sodass sich Gruppenbildungen, wie gesagt, hier ergeben könnten. Die Themenchämie ist ein Faktor. Die Saisonstatistik, das ist für alle, die ihre Mannschaft noch mehr optimieren wollen, sicherlich sehr, sehr interessant. Und dann die Karriere. Haben wir jetzt hier nur von 19 bis 24 Preußen Dortmund stehen. Ich denke mal, dass das Ganze dann noch ein bisschen besser gefüttert sein wird bei entsprechendem Patch. Deutsch, Sprachen, die er spricht, Deutsch, Italienisch und Türkisch. Das seht ihr hier auch. International anerkannte Star. Das ist nicht nur ein Riesentalent, sondern einfach auch ein verdienter Spieler. Egal, wie gut oder schlecht man jetzt Emre Can sehen mag. Aber das ist dann doch auch sehr übersichtlich und in meinen Augen gut gehalten. Ihr seht das Grundgehalten, Siegprämie. Die wichtigen Dinge sind einfach auf den Punkt gebracht. Und obgleich es dann doch, wie eben schon gesagt, viele, viele Informationen sind, sieht man doch relativ schnell, was hier überall Phase ist. Ihr seht den Trainingsfortschritt. Ihr seht, wie alt er ist, wann er geboren ist, wie groß er ist. Anführer von seinem Hauptcharakter. Er hat eine gewisse Selbstsicherheit und auch entsprechende Tooltips dazu. Also jetzt sind wir gerade hier bei der Selbstsicherheit, um nochmal reinzugehen. Selbstsicherheit sorgt dafür, dass der Spieler eher an den Mitspielern als an sich zweifelt und immer vorangeht. Allerdings kommt das nicht bei allen Kollegen gleich gut an. Ohne eine hohe Selbstsicherheit wird ein Spieler kein Anführer. Und insofern ergibt sich hier auch die Anführerfähigkeit. Er ist entschlossen und zielgerichtet, aber auch dominierend und oft ungeduldig. Ungeduldig, ja, das passt dann letzten Endes ganz gut auf ihn, aber sehr schön. Wir können hier einen Spielervergleich anstellen und können hier sofort die Spieler aktivieren, wobei das gerade durchlädt. Und da haben wir ihn, gehen wir hier auf den zweiten Spieler. Braucht gerade noch relativ lang. Boah, den können wir auch tatsächlich jetzt von überall uns das Ganze angucken. Nehmen einfach mal unseren Kollegen Marco Reus und sehen hier den Vergleich dann. Und interessant ist natürlich, dass man sich hier sechs Spieler nebeneinander anzeigen lassen kann. Und das habe ich so auch noch selten gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es beim Football Manager geht. Aber nicht nur zwei direkt miteinander zu vergleichen, sondern einfach auch mal ein paar nebeneinander zu packen. Und dann eventuell zu sagen, okay, wir haben vier oder drei Stürmer. Wir gucken uns alle unsere Stürmer an. Wer ist noch am längsten im Vertrag? Wer hat die wenigsten Tore gemacht? Wer hat das geringste Talent? All so Dinge, die dann eventuell darüber entscheiden, ob jemand einen Vertrag angeboten bekommt oder aber auf die Transferliste kommt. Das kann man hier ganz wunderbar machen über den Spielervergleich. Sehr, sehr schön. Haben hier außerdem ein paar Parameter. Spielerdaten könnten die jetzt auch in-game sofort hier anpacken. Ich zeige euch das mal entsprechend. Wenn wir hier den Emre Karl zum Emre Can machen. Außerdem könnten wir die Hautfarbe verändern. Künstlername der Capitano von Edin Terzic ja zu eben jenem gemacht. Wir könnten ihn auch zum Fitness-Guru machen, was die Hobbys anbelangt. Und jetzt seht ihr es hier. Er ist Emre Can. Er hat im Moment jetzt hier auch ein neues Hobby. Nämlich die Fitness. Beziehungsweise Fitnessstudio und alles, was dazu gehört. Also ihr könnt das auch direkt anpacken. Ihr braucht gar nicht erst auf den Patch zu warten. Sehr cool. Schnelle Änderungen also möglich. Zumindest was die eigene Mannschaft anbelangt. Alle Daten abzuändern dauert natürlich dann wieder um ein Vielfaches, Vielfaches länger. Vielleicht dazu ganz kurz noch von Seiten der Entwickler. Wir können jedes Land der Welt mit Frauen- und Männerliegen bearbeiten. Vollständig editierbare Ligasysteme mit Aufstiegs- und Abstiegsregeln, Pokalen und Playoffs erstellen. Oder beziehungsweise editieren. Automatische Erstellung von Ligenteams und Spielern ist möglich. Umfangreiche Editoren für Logos und Trikots mit Integrationsmöglichkeiten für eigene Grafiken sind enthalten. Die automatische Konvertierung vorhandener We-Are-Football-Datenbanken und, und, und. Also editor-technisch geht hier im Spiel relativ viel. Wie gesagt, die wollen einfach, dass die Community hier aktiv ist. Und glaubt mir, sie ist aktiv. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall schon sagen. Kurzes Wort noch zu den Spielerbildern. Ich habe ja gesagt, die sind KI generiert. Die künstliche Intelligenz macht es also möglich, hier durchaus interessante Spielerbilder zu generieren. Per se. Und die Altern. Die Altern mit dem Alter des Spielers. Also am Anfang ist bei einem Jugendspieler dann hier ein junges Gesicht. Während, wir können mal gucken, wir sortieren hier einfach mal nach dem Alter. So ein Tim Reimann. Der sieht halt aus wie 18. Genauso wie ein Alessia Kumputku. Wo hingegen Aziz Martin mit seinen 35 Jahren einfach auch aussieht wie ein französischer Aziz Martin. Der vorne im Sturm noch seine Buden machen soll. So ist es. Sehr, sehr cool in meinen Augen, dass das einfach ein Stück halt mitaltert. Jetzt nicht Jahr für Jahr. Ich glaube, es gibt drei oder vier Stufen. Nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht auch derer fünf. Aber das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Und ja, ihr seht hier die Spielerbilder. Eigentlich ganz cool, weil es einfach sehr realistisch aussieht. Und dann auch in Spielständen, die in Saisons in 15, 20, 30 Jahren vielleicht fortschreiten. Einfach auch noch mit selbst generierten KI-Bildern aufwerten können. Und das ist natürlich was, was super ist. Also da muss sich dann niemand mehr drum kümmern. Bin gespannt, ob da eventuell noch ein bisschen was dran gemacht wird. Also das sieht ja jetzt aus wie Freizeitkleidung teilweise. Oder wie Mitarbeiter von einem Softwareunternehmen, wenn ich hier mal Mike Wrede irgendwie sehe. Vielleicht noch irgendwann mit Trikot und Co. Und dann haben wir den Wochenstart. Die Woche finden keine Spiele statt. Das würde ich gerne reinpacken. Ich möchte euch unbedingt das Spiel zeigen. Noch in dieser Folge. Wir sehen hier ein kleines Menü, was wir reinpacken können von der Seite. Könnt ihr euch dann entsprechend anpassen. Ich meine, es gibt auch einen Shortcut dafür. Ah ja, so ist es. Über die Tab-Taste. Ganz einfach. Jetzt seht ihr hier die Tabelle auslaufen für die Verträge und nächste Spiele. Aber ihr könnt sagen, wir hätten gerne links oben die Tabelle. Wir hätten gerne die nächsten Spiele darunter. Wir wollen sehen, wie lange die Ausfallzeiten unserer Spieler sind. Wir wollen eventuell die Positionsfortschritte sehen. Beziehungsweise die Trainingsfortschritte. Das ist noch interessant. Spielergehälter können wir uns einschalten lassen. Also es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und die Belebtheit hier bei Präsidium, Spielermitarbeiter und Fans der Öffentlichkeit oder dem Verband. Und so könnt ihr euch das jederzeit wieder einschalten. Hier über die Tab-Taste. Sehr kurz und schnell einschaltbar. Und genau so ist es wieder aus dem Bild. Finde ich extrem cool von beiden Seiten. Und ist nicht die ganze Zeit im Weg. Und dann sind wir in der Zentrale angekommen. Und wir gucken uns jetzt erstmal einen ganz, ganz ruhigen Überblick oben an. Wir sind hier in der Zentrale und haben verschiedene Punkte, die wir ansteuern können. Das werden wir auch machen. Aber zuerst möchte ich... Oh, Moment. Das sind Reisen. Ich möchte eigentlich im Kalendergrad erstmal ein Testspiel ausmachen. Mache ich kurz und dann gehen wir die Leiste hier oben Schritt für Schritt durch. So, wir gucken gerade mal hier auf dem Kalender. Oh, nein. Ich vereinbare ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht, ob das die Vereinbarung ist oder ob das schon ein Freundschaftsspiel ist. Ich konnte aber noch niemanden auswählen. Ich glaube, wir vereinbaren jetzt bald erst eins. Da habe ich hier eingestellt, auch das bedarf zweistündiger Planung. Und das ist gar nicht mal unrealistisch. Weil in den anderen Managern klickt ihr einfach und dann hat man ein Freundschaftsspiel. Aber da braucht man natürlich Zeit für. Und insofern ist es interessant zu sehen, dass dieser Manager auch bedenkt, wie die Arbeit eines Managers abläuft. Ihr habt hier einfach einen Terminplaner, den beispielsweise in Sebastian Kehl bei Dortmund oder andere, weiß ich nicht, in Max Eberl oder wer die Planung dann entsprechend im Verein übernehmen würde, auch tatsächlich hat. Und das gibt nochmal ein Stück weit das Management-Feeling hier, nicht nur Fußballtrainer zu sein, sondern in diesem Manager euch wirklich um alles zu kümmern. Kommt auch wieder ein bisschen nach dem FM aus früheren Zeiten und all den anderen Titeln, die es da so gab. Finde ich ganz cool. Manch einem gefällt das gar nicht. Ihr dürft gerne mal kommentieren, wie ihr das seht. Ist aber hier auch wieder entsprechend sicherlich so gewollt und ein feines Feature, wie ich finde. Bestätigen das und dann, wie gesagt, hier oben und ganz in Ruhe. Wir sind in der Zentrale, können uns da auch rundklicken. Allgemein oder was ist gut und was ist schlecht. Sehr interessant. Wir bekommen hier direkt die Übersicht unserer Stärken, unserer Schwächen und vor allen Dingen haben wir beispielsweise noch keine Saisoneröffnung organisiert. Warnungen sind dafür da, Dinge auszumerzen, die auf keinen Fall in der Mannschaft fehlen dürfen. Wir sehen hier oben den Kader. Wie gesagt, ich gehe erstmal hier oben die Leiste durch, bevor wir feindliedriger werden. Mit all dem Kader selbst, den verliehenen Spielerbeziehungen, können wir uns sicherlich hier anklicken. Genau so ist es. Keine gemeinsame Sprache zwischen Theon Hook und Mattis Haag oder aber der Capitano. Ah, okay, jetzt hat er hier seinen Spitznamen weg. Wenn ihr den entsprechend eintragt, ist der auch gegeben und das Erste, was angezeigt wird. Beide sind Anführer. Nino Steinle und der Capitano. Ähnlicher Charakter. Mal gerade gucken, ob wir irgendwo was Rotes haben. Ah, hier war was. Okay, das ist wieder die Sprachbarriere. Ich denke mal, dass das dann zu gegebener Zeit sicherlich Konkurrenzkampf und ähnliches sein wird. Hier ist ziemlich viel gut, was die Spielerbeziehungen anbelangt. Wir sehen Team-Hierarchie. Wir sehen den Chef, Führungsspieler, einflussreiche Spieler, spezielles Mitläufer oder Außenseiter. Und dann entsprechend den Kabinenseismograph. Das Pro-Splinter-Lager und das Keine-Splinter-Fans-Lager. Ja, derzeit niemand, derzeit niemand. Die Spieler können sich also auf eine Seite stellen. Ich bin sehr gespannt, wie das Feature in die Stärke der Mannschaft eingreifen wird. Finde ich extrem cool. Und auch wieder ein schickes, kleines Gimmick hier an der Stelle. Wir gehen von der ersten Mannschaft, wo ihr übrigens auch hier mit den großen Pfeiltasten durchklicken könnt, in die zweite. Die dann entsprechend die Vertretung ist. Das ist sicherlich nichts Ungewohntes. Im nächsten Reiter dann in die 19. Wir haben in die Jugend mit der U19 und der U17 lokales Jugendinternate, Ausbau der Jugendinternate. Und den Sichtungstag, den führen wir auch mal durch. Ja, und der ist dann direkt hier mal auf den Samstag. Ihr seht das. Also so wird der Terminplaner extrem schnell gut voll. Medizinische Abteilung, Ausfälle und Ausfallarten. Sehr, sehr schön. Das Wesentliche aus der Medizinischen auf den Punkt gebracht. Mit dem Fernglas, Transfers und Scouting. Die Scouting-Aufträge könnt ihr vergeben. Wir haben hier die Transfermöglichkeiten. Und Beteiligungen am Weiterverkauf, Abgaben beim Weiterverkauf oder der Solidaritätsmechanismus. Fünf Prozent aller Transfersummen unter den Ausbildungsvereinen werden verteilt. Und ähnliches. Können hier, wie gesagt, scouten und weiteres. Was dann in den entsprechenden Transferperioden zu oder zum Tragen kommt. Organisation. Wir haben Trainingslagermöglichkeiten. Hier habe ich eben das Testspiel vereinbart. Die Reisen und Sportliches, sowie die Events. Wir können den Teamgeist stärken. Eine Saisoneröffnung organisieren, die wir, oh ja, erstmal organisieren müssen. Ich denke, die legen wir auf einen Sonntag, damit die Familien kommen können. So, was müsst ihr dann machen? Team-Events. Jedes kann nur einmal pro Saison eingesetzt werden. Bis der Spieler steigern. Spieler sollen härter werden und lernen, wieder an ihre Grenzen zu gehen. Den Biss aktivieren für 15.000. Ihr seht das. Ein Stück weit mit Charme und Witz gemacht. Wie in guten alten Zeiten. Human Resources heißt das so? Ich denke schon. Wir haben hier Abteilungsleiter der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft. Finanzen, Sponsoren, Marketing und so weiter und so fort. Das sind einfach die Mitarbeiter. Statistiken. 137 beschäftigen wir. Das ist nicht wenig. Und dann auch die entsprechenden Ausgaben. Wir können Einstellungsstopp hier entsprechend verhängen. Es gibt hier Einsparungen. Und das finde ich extrem cool. Kein freier Kaffee für die Mitarbeiter. Wir sparen 7.000 Euro. Na, das machen wir doch mal direkt. Die Heizung wird runtergedreht. 600 Euro. Auch möglich. Ihr habt so kleine, aber feine Buttons, mit denen ihr einfach ein bisschen dran drehen könnt, um die Kosten zu sparen in eurer Mannschaft. Sehr, sehr schick. Wir sehen die Infrastruktur. Und da waren wir auch schon. Das Stadion kann ausgebaut werden. Übrigens hier auch die Stadionansicht möglich. Platzhärte. Stadion und Trainingsplatz. Gut für Teams mit gutem Passspiel. Ja, ihr könnt da die Platzpflege entsprechend bearbeiten. Wir können die Stadion-Tour machen. Das Stadion ist wirklich der Hammer. Für Kinder sowieso. Aber auch Erwachsene können viel Interessantes entdecken. Sehr, sehr schön. Gehen auf die Details hier. Ihr könnt an der Stelle jeweils anhalten, während ich so ein bisschen drumherum schwafle. Das Video soll nicht überlang werden. Es geht jetzt schon in der Aufnahme 38,5 Minuten. Auch wenn es ein bisschen geschnitten wird. Ihr könnt an den Stellen jeweils anhalten, wo ihr euch die kleinen Buttons und Menüpunkte einzeln und genauer nochmal angucken wollt. Schreibt doch gerne, was euch auffällt. Also ich bin da wirklich mit euch jetzt hier einfach mal am Durchgehen. Wir sehen nochmal das Clubgelände, beziehungsweise was im Bau ist, wie viel Bauzeit dahinter steckt. Wie viel von etwas vorhandenes Fußball-Tennis-Plätze haben wir eben schon gesehen. Da wäre noch Platz für mehr. Eine Anreise zum Stadion. Wir könnten den ÖPNV sofort verbessern. Wenn wir hier mal draufklicken, 110.000 Euro ausgeben, dann ist der hier bei 63% auf einmal. Mit dem Auto oder dem Flugzeug kommt man auch zu uns. Klimaneutralität, ein Thema, das auch tatsächlich und in der heutigen Phase für Vereine sehr wichtig ist. Insofern möglich sogar Klimazertifikate zu kaufen, veganes Essen anzubieten, Mehrwegbecher, die ja überall mittlerweile fast schon gesetzlich verpflichtet sind, Energiesparlampen. Das sind schon ein paar feine Sachen, die den Verein einfach betreffen. Gar nicht mal so sehr die Mannschaft, sondern dann sicherlich auch für Zufriedenheit sorgen. Und die Hall of Fame sehen wir hier entsprechend in der Infrastruktur. Ob sie da ganz gut angesiedelt ist, weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Finanzen, Budget, Ticketverkäufe, Krediteanlagen und der Börsengang sind möglich. Auch hier eine Finanzübersicht zu sehen, ein Budget ist zu sehen und so weiter und so fort. Sehr, sehr umfangreich an der Stelle. Sponsoren können wir aushandeln. Für Tribünen, für Banden und Fernsehgelder gibt es einen eigenen Reiter. Die Verträge hier für den Hauptsponsor, den Ausrüster, Stadionsponsor könnten hier die Namensrechte verkaufen, um es mal so zu sagen. Wir suchen hier einen entsprechenden Stadion, Namensgeber bestätigen das Ganze und gehen eins weiter ins Marketing. Ja, und da haben wir natürlich die Produktion und den Verkauf von Fanartikeln, wie ihr es kennt. Präsidium, wir können immer und immer wieder mit denen sprechen. Saisonziele hatten wir ja eben festgelegt, zweiter Platz doppelt sich hier. Insofern gehe ich hier einfach mal ein Stück weit drüber. Aber die Fans, allgemein, Mitglieder, Öffentlichkeit. Alles vorhanden, gerade bei den Mitgliedern können wir hier sicherlich Rabatte für die zweite Mannschaft anbieten. Ein Kids-Club-Paket, sehr, sehr schön. Name auf dem Mannschaftsbus sehe ich jetzt erstmal nicht. Money-can't-buy-Erlebnisse. Hätte hier gerne noch ein Mouse-Over, um ein bisschen mehr zu verstehen, was das Ganze dann hier entsprechend auslöst. Gibt es an der Stelle noch nicht, wohlgemerkt. Vielleicht kommt da noch was. Hier oben im roten Bereich sicherlich das Wichtigste. Man kann es erahnen. Die Aufstellung und damit willkommen in diesem entsprechenden Reiter. Wir sehen in grün die erste Elf. Auf blau B1 bis B9 sind die Reservespieler. Und darunter das, was dann entsprechend im Stadion sitzen muss, auf der Tribüne. Weil es nicht für die ersten, ja, letzten Endes 20 Spieler gereicht hat. Sehen hier wieder der Kapitano im defensiven Mittelfeld gesetzt. Sehen Marco Reus, sag ich mal, gefühlt hier außen. Das ist unsere Mannschaft mit den Spielerbildern in klein. Ihr könnt hier relativ schnell die Taktik umstellen, wie ich finde. 5-3-2 in Linie. Wir können sehr, sehr schnell auf ein Libero. Na wobei, Libero ist es nicht. Der IV ist ein bisschen zurückgezogen. Aber ihr könnt hier sehr schnell die jeweiligen Formationen durchwechseln. Auf ein 4-3-3 gehen und ähnliches. Und dann seht ihr schon oben rechts, wenn ich jetzt noch einmal wechsle, vom 4-3-3 aufs 4-1-4-1, dass sich die Mannschaftsstärke durchaus hier sofort verändert. Ihr seht, wo drin dann die Stärken liegen. Torhüter, Abwehr, Mittelfeld oder Sturm. Bei einem Stürmer haben wir natürlich einen niedrigen Stürmerwert. Primärer Köln ist dann sogar besser aufgestellt. Taktischer Stand des Gegners können wir uns hier anzeigen lassen. Beispielsweise Spielphilosophie defensiv mit langen Bällen. Das passt sicherlich wie die Faust aufs Auge. Insbesondere auf die aktuelle Phase der Kölner. Gucken uns hier gerne auch den gegnerischen Kader an. Einer der besten Spieler ist Ismail Salimi. Das dürfte noch aus der... Ich bin gerade überlegen. Schwäbe ist auf jeden Fall Keeper hier hinten. Linker Außenverteidiger mit wieviel Jahren? 33. Sicherlich Jonas Hector, der hier gemeint war. Wie gesagt, wenn die Lizenzen da sind, tue ich mich damit auf jeden Fall auch ein Stück weit einfacher. Aber ein guter schneller Überblick über den Kader. Regelbasierte Aufstellung wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir... Ah, okay. Festlegen müssen, welche Bedeutung die Regeln bei der Erstellung der Aufstellung durch den Co-Trainer haben sollten. Wie stark sie wirken. Dann können sie bis zu vier Prioritäten bestimmen. Die erste geht mit 100% ein. Die zweite mit 75%. Und so weiter und so fort. Also hier können wir unserem Co-Trainer sagen, was er tun soll. So verstehe ich das. Und haben hier... Oh, sehr schön. Den Button für die Gegenüberstellung, was ich extrem cool finde, um ganz, ganz schnell zu sehen, wie spielt der Gegner, wie möchte ich mein System hier anpassen, möchte ich das Mittelfeld zubekommen, wenn die im 4-3-3 oder Ähnlichem kommen. Das ist ein cooles Feature, hier ganz, ganz schnell umschalten zu können. Und dann entsprechend auch zu sehen, wie wir am besten gegen den jeweiligen Gegner agieren. Sehr, sehr schick. Zweiter Button im roten Feld hier oben. Die Taktiken. Können hier mit dem Schieberegler sagen, dass wir neutral stehen wollen oder extrem offensiv spielen. Ich denke mal, ein offensives Spiel ist sehr erstmal gut. Wir können sagen, was wir spielen wollen. Unsere Spielphilosophie festlegen. Den Trainingszustand sehen wir hier. Wir können unser Flügelspiel variieren. Sprich, wie oft wollen wir durch die Mitte kommen. Wenn wir sehr viel durch die Mitte kommen, bleibt kein Platz mehr für die Außen. Gehen wir mehr über rechts, dann müssen wir vielleicht auch mehr über links gehen. Oder wir lagern unser Spiel komplett auf die rechte Seite aus, weil wir da den Wunderstürmer haben. Oder einen guten Flügelflitzer. Sehr, sehr interessant hier entsprechend die Werte. Was hier oben angezeigt ist, ist übrigens das oder der Vergleich. Ich glaube, wie war es noch gleich? Ich habe es im Discord gelesen. Wir sind stärker gegenüber dem Gegner, wenn der Wert positiv ist. Was ja auch logisch ist, weil bei Minus hier der FC Köln mit seinem Wappen angezeigt wird. Und wenn wir jetzt zu 100% durch die Mitte gehen würden, wäre Köln hier sicherlich ein Stück weit stärker. So deute ich das. Lese mich da gerne auch nochmal ein, was natürlich interessant werden wird für ein Let's Play zu gegebener Zeit. Aber jetzt versuchen wir das Ganze erstmal ausgewogen zu etablieren. Und insofern stelle ich das hier erstmal so ein, dass es Dortmund-affin einigermaßen plausibel ist. Gegebenenfalls durch die Mitte versuchen, schnell zu werden und dann aber die Außen bespielen, um dann die Flanken reinzubekommen über die Flügelflitzer. Die eigentlich ja Stürmer sind. Schöne Grüße an Edin Terzic. So ein Mahlen und so ein Adeyemi. Aber gut. Anderes Thema an anderer Stelle. Hier ist die Taktik also gut aufgehoben für euch und bevor ihr Spiele angeht. Das Persönliche hier nochmal. Wir sehen Sportliches, die Karriere, das Privatleben und auch die Familie, die wir entsprechend ja schon ausgesucht hatten. Hier oben auch einer der wichtigeren Faktoren. Da seht ihr ja schon, wie wichtig das Persönliche den Entwicklern hier entsprechend ist. Es ist ein hoher Stellenwert, der beigemessen ist. Ich bin gespannt, was für Events und Geschichten es hier geben wird in dem Zusammenhang. Sehen hier oben Assistenten, Statistiken, die Schnellsuche und Achievements. Hier die Einstellungen, hier den Terminplaner und dann den Jahreskalender. Wo wir sehen, Pokalauslosung kommt, Beginn des Dauerkartenverkaufs. Das sind dann die langwierigen Dinge hier. Im August, September seht ihr die Spiele, die anstehen. Es kommt die Champions League mit rein und so weiter und so fort. Also ihr bekommt hier einen guten Überblick und einen schnellen Überblick über eure Termine. Und jetzt gehen wir mal noch zu Ende dieser Folge. Und das ist ja nur die erste Folge. Hier einfach mal weiter. Wochenplanung. Muss man, sollte man, könnte man. Wir können, nee, wir müssen einen Tribünensponsor suchen. Das heißt, wir werden hier auch ein bisschen geführt, was wir auf jeden Fall noch machen. Wir suchen auch einen Bandensponsor und wir werden Geld anliegen. Ah ne, das können wir auch wegklicken. Okay, das muss man ja wohl nicht. Ich wollte gerade sagen. Ein Team-Event könnten wir ausmachen. Und vielleicht legen wir das auf den Freitag. Und so kommt man relativ schnell mit der Wochenplanung durch. Also Stichwort von am Anfang, ein schneller Manager. Das ist vielleicht genau das, was das hier ausmacht. Man kann sich das ganz schnell anklicken. Man könnte ein Trainingslager organisieren. Man könnte eine Charity-Auktion durchführen. Oder Sport treiben. Und das werde ich dann doch mal machen. Zwingend notwendig. Zwingend notwendig. Wir können Erinnerungen setzen, Schwerpunkte. Wir haben sehr viele Stunden verplant. 58 von 44. Übertriebene Woche. Sie leben und atmen für den Verein. Jede Sekunde ihrer Wachzeit wird genutzt. Das sollten Sie nicht so lange machen. Ist auch interessant. Wird wahrscheinlich auch irgendwie dafür sorgen, dass wir unsere Leistung nicht gut abrufen. Eventuell der Mannschaft nicht die besten Dienste erweisen. Gucken hier noch mal gerade auf unseren Plan. Ja und vielleicht nehmen wir hier noch mal den, wenn wir jetzt den Sichtungstag hier rausnehmen. Aber wir bestätigen das mal. Extrem harte Woche ist es dann immer noch. Wir gehen aber hier oben mal weiter. Trainingsplanung. Boah, da kommen wir in Gänze dann noch mal in einem anderen Video zu. Gegebenenfalls im Let's Play. Ihr seht das. Sehr, sehr viel möglich. Trainingsgruppen, Trainingswoche. Gut und schnell anpassbar. Das ist das Schöne. Wenn ich jetzt hier mal klicke. Wir können sagen, wobei ich gerade keine Tage sehe, ist das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich vermute es einfach mal. Wir könnten hier zum Beispiel sagen, montags morgens hätte ich gerne erstmal eine Gegenpressing-Einheit. Und wir können hier auch noch die Intensität steigern. Das ist schon sehr interessant und auch flott. Eine HIT-Einheit oder HIT-Einheit können wir hier durch Pässe ersetzen. Das geht relativ zügig. Ihr könnt das natürlich auch in die Hände eures Kurs legen. Aber ein guter Überblick und ein schneller Überblick. Und dann kann man hier sagen, rein in die Woche. Spielergespräch. Milan Roll. Es steht an. Und was soll das Thema sein? Persönliche Situation. Auf deiner Position bist du die Nummer eins. Ja, dann führen wir dann das Gespräch. Achso, jetzt haben wir es ihm versprochen. Okay, nun gut. Das würde ihn wahrscheinlich freuen. Eintrittspreise festlegen. Ich gehe hier mal ein Stück weit drüber hinweg, weil ich einfach mal mit euch die Woche noch durchbekommen möchte. Und wir vereinbaren das Freundschaftsspiel. Das werden wir machen für die zweite Folge, in der ich jetzt schon ankündige, dass wir genau das uns angucken werden. In Folge Nummer zwei. Ein Fußballspiel in We Are Football 2024. Liverpool soll der Gegner sein? Ja, sehr gerne. Dann sehen wir wenigstens ansehnlichen Fußball. Davon ist auszugehen. Und dann die Saisoneröffnung. Fans sehen der neuen Saison mit gemischten Gefühlen entgegen. Wir hoffen, dass die Mannschaft den zusätzlichen internationalen Wettbewerb gut verkraftet. 57.000 Besucher waren da. Ein guter Umsatz und auch ein guter Gewinn. Die Frage ist, wann haben wir jetzt hier tatsächlich unser Testspiel? Sehen Sponsorenverhandlungen, unterschreiben den Vertrag hier mal ganz kurz und schnell ewig. Und dann die Pokalauslosung. Und die läuft doch auch sofort los. Und die können wir natürlich auch vorspulen. Wir würden spielen gegen Bielefeld aus Liga 3. Die Arminia wäre unser Gegner. Sehen hier den Pokal, der sich dreht. Und dann wären wir auch netterweise gefragt, ob wir uns die weiteren Pokalauslosungen auch ansehen möchten. Und da sagen wir natürlich ja. Und dann gibt es auch noch den Kicker, der tatsächlich hier die Pressemeldung durchhaut, dass es Interesse am, boah, mir sogar, ich bin gerade gar nicht auf der Höhe, wer das sein soll, an Theon Hook verbrieft. Madrid hat angeblich Berater bereits kontaktiert. Damit werden wir wohl darauf hingewiesen, dass es Interesse an einem Spieler von uns gibt. Mustafa Magano im Fokus von Chelsea. Verpflichtung könnt ihr schon in den nächsten Tagen verfolgen. Und so kommen dann da die Infos rein. Und dann finden wir einen neuen Jugendspieler. Den wir... Oh, wir können sogar die Eigenschaften, die sie austauschen... Wir können sogar Eigenschaften austauschen. Wobei Austauschen relativ ist. Ich habe jetzt ein paar Mal drin rumgeklickt. Man kann per Zufall hoffen, dass was Besseres bei rumkommt. Er hat jetzt bekommen eine gute Übersicht, eine schlechte Manndeckung. Für einen linken Außenverteidiger nicht ideal. Ah, wir können hier aber zurücksetzen. Okay, und dann ist das Ganze noch viermal möglich. Jetzt hätten wir hier einen linken Außenverteidiger mit guten, langen Pässen. Und aber jetzt zum Beispiel mit einer extrem guten Schusstechnik, die uns da vorne nicht viel hilft. Vielleicht ist es dann eher die Robustheit. Und damit würde ich ihn bestätigen wollen. Lewy Schnuck ist da. Laufende Verhandlungen gibt es hier einige. Ihr seht das. Ein Gerücht. Theon Hook, das hatten wir thematisiert. Linker Außenstürmer. Und hier mal die Anfrage von Paderborn. Jetzt seht ihr mal, was hier dann passiert. Transfer-Anfrage bezüglich Mustafa Margano. Rechter Außenverteidiger. Das dürfte in dem Moment Matteo Morey sein. Lassen wir ihn einfach mal. Ja, mit 23 Jahren, das müsste er sein. Wir können jetzt hier verkaufen. Sofortiger Wechsel. Ablöseangebot 850.000. Und Marktwert sehen wir Gott sei Dank hier drunter jetzt beispielsweise. 3,4 Millionen. Wir können das Ganze aber auch absagen. Derzeit nicht. Und winken erst mal ab. Die Frage ist, können wir das Ganze auch irgendwie noch verhandeln? Nee. Beziehungsweise doch den Termin vereinbaren. Warum habe ich denn hier vom sofortigen Wechsel eben gelesen? Und dann das Transfergespräch hier entsprechend reinpacken. Für den Elften. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Liverpool übrigens. dass wir jetzt hier das erste Mal sehen. Und der Wochenstart steht. Liverpool wartet. Und das, meine Damen und Herren, ist dann tatsächlich nach einer langen, langen, boah, redenden Episode und Folge Thema unserer zweiten Episode in We Are Football 2024. Hier bei der Splinter. Wir gucken rein. Heute mit dem zweiten Video tatsächlich schon. Ihr werdet es verlinkt sehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und die ersten Minuten der Demo mit mir begleitet habt. Um einen guten Überblick zu bekommen. Einfach, was das Spiel leisten kann. Und ich glaube, es wird relativ deutlich, dass es hier gut und gerne, wenn die ersten Einstellungen vorgenommen sind, ein echt flottes Spiel sein kann. Wo man sich schnell durchklicken kann, lustige Entscheidungen treffen kann, aber auch eine gewisse Tiefe hat. Also es wird hier auf nicht wenig eingegangen. Ob jetzt in Bezug auf eine Saisoneröffnung oder Spieler-Hierarchien. Das ist schon sehr, sehr interessant gemacht. Gibt einfach ein sehr rundes Spielgefühl, wie ich finde, hier für die Demo. Klar, wir sind in Anführungszeichen nur noch einen Monat weg vom Release. Am 4. März kommt das Spiel raus. Winning Street Games um Gerald Köhler hat wieder zugeschlagen. We Are Football 2024. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr in die Kommentare haut, ob und wie euch das Spiel gefällt, was ihr euch noch erhofft von dem Spiel und mit welchem Verein ihr einfach anfangen wollen würdet, wenn das Spiel denn dann rauskommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Zweite Folge kommt dann mit dem Spiel Preußen-Dortmund, wie es hier heißt, gegen Liverpool. Und dann gucken wir uns den 3D-Modus an. Und da bin ich schon extrem gespannt drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.